Die Plattform führt zu den Arrestzellen der Inhumans. Da seid ihr. Tiny Dancer hat nicht mal annähernd so viel Biss wie Black Widow, oder? Hast lang gebraucht, um es rauszukriegen. Dabei dachte ich, dass du das Gehirn dieser Operation bist. Das bin ich. Schön, wenn man anerkannt wird. Wenn du den Laden leitest, was ist dann das Ziel? Das hat vielleicht bei Tauchmaster funktioniert. Aber ich bin nicht so dumm, dir alles zu erklären, Romanov. Okay, dann lass mich raten. Okay, dann lass mich raten. Du und George benutzen Inhumans für eure Death. Die Regenerative kommt, hält sie gerade so lange am Leben, dass du ihre Kräfte ernten kannst. Das ist ein Teil davon. Aber ich habe größere Pläne. Die Avengers zu ersetzen. Nicht alles dreht sich um euch. Das ist ein Teil davon. Nervengas. Ich muss es irgendwie abschalten. Monika? Hübscher Anzug. Du hast mir genug Probleme bereitet. Und ich bin noch nicht fertig. Wo ist das Mädchen, Monika? Oh, so einfach ist das nicht. Wohin bringst du die Enfirmans? In Sicherheit. Wo bekommst mein Spielverdächtnis? Natürlich sind Menschen Spielzeug für dich. Nein, kein Spielzeug. Ich bin ein Opfer für die Mütensache. Schurken, Bingo. Zwirbelst du deinen Schnurrbart in diesem Anzug? Spreche nur. Alles, was ich getan habe, dient der Zukunft der Menschheit. Deine Gefangenen sind auch Menschen, Monika. Polateralschäden sind unvermeidbar. Das weißt du besser als die manchen. Das Argument kennt man. Und am Ende sterben immer Menschen. Ist das bei dir nicht genauso? Was soll das denn heißen? Ich hab den A-Day nicht vergessen. Ich auch nicht. Die Avengers haben schon genug Schaden angerechnet und viele Leben geopfert. Seitdem A-Day weiß die Welt das. Wir brauchen euch nicht mehr. Solange du Menschen in Käfige sperrst, gehe ich nirgendwo hin. Ich hab den A-Day. Ich habe mich fünf Jahre lang beherrscht. Es tut verdammt gut, endlich zuzuschlagen. Du liest meine Gedanken. Monika, du hast viel zu verantworten. Wo hast du die Inhumans hingebracht? Das würdest du wohl gern wissen. Verdammt. So leicht kommst du mir nicht davon. Ich hab hier einen Ehrengast. Fesselt sie. Sie kommt mit uns. Na, endlich. Hey, hast du eine Teenagerin gesehen? Braunes Haar, etwa so groß? Ja, ja. In den Zellen. Sie wollte aber nicht mitkommen, also... Okay, du kannst gehen. Kamala! Black Widow? Was... was machst du denn hier? Komm mit. Nichts wie raus hier. Äh... Ich geh nach Hause. Nach Jersey. Ich weiß nicht, wem ich was vormachen wollte. Ich bin keine Heldin. Weiß nicht. Ich hab da einen Quinjet voller Leute, die das anders sehen. Ich konnte es nicht kontrollieren. Ich... wurde ohnmächtig. Ich... hab's versaut. Hey. Manchmal passiert sowas. Um ehrlich zu sein... Jersey war auch nicht meine Sternstunde. Tiny Dancer? Ach, Kleine. Du bist bereits eine Heldin. Die Einzige, die du noch überzeugen musst, bist du. Komm. Lass uns hier verschwinden. Geht's dir gut? Es tut mir so leid. Ich hab's verbockt. Nein. Es ist in Ordnung. Wieso gehst du... Äh... Geh doch schon mal rein. Tiny Dancer? Freut mich auch, dich zu sehen, Bruce. Hier. Ja. Hat dir die waghalsige Rettung in letzter Sekunde gefallen? Willst du ein Kompliment hören, Tony? Wir treffen uns auf dem Kommando-Deck. Wir haben ein kleines Zeitfenster für den nächsten Schritt, solange Aime sich erholt. Ja, ja, Höflichkeiten später. Verstanden. Es ist Jahre her. Ich werde dich einfach nicht los, was? Wie sieht's aus? Etwas höher. Roger. Noch ein Stück? Ruhig halten. Verstanden. Also gut. Dann mal zurück aufs Kommando-Deck. Guten Tag. Ziehen Sie sich meine Waffe an. Agent Romanoff? Wie geht es Ihnen? Sie erholen sich. Sie haben viel durchgemacht. Danke, dass Sie sie gefunden haben. Sagen Sie mir, wenn Sie was brauchen. Nochmal danke. Für... Naja, alles. Du hast mir mehr geholfen, als du denkst, Kamala. Wie steht's mit der Sicherheit? Ein Riesenchaos. Wir arbeiten hart daran, alles neu zu verkabeln. Ist deswegen die Luftschleuse im Moment außer Betrieb? Ja, Ma'am. Sie sollte bald wieder online sein. Ich grüße alle Wappenteurer. Ich kann nicht glauben, dass du nicht hier bist. Wir könnten dich wirklich brauchen, Cap. Okay, Tony. Wir müssen der Welt zeigen, was AIM vorhat. Und ich hab die perfekte Gelegenheit dazu. Das AIM-Erlebnis in Manhattan. Die Vorstellung von Tartans neuen Adaptoids. Alle Networks werden da sein. Ich denke, das wäre der perfekte Ort, dass ein paar Dutzend Inhumans plötzlich wieder auftauchen. Wir müssen aber vorsichtig sein. AIM wird die Wahrheit begraben und lieber alle Gefangenen töten, als aufzufliegen. Wir brauchen die Position des Labors, um es abzuriegeln. Ein Glück, dass du Tartans Stellvertreterin geschnappt hast. Wenn jemand sie zum Reden bringt, dann Bruce. Er hat sich bereits freiwillig gemeldet. Nicht schlecht, Tony. Dann runter zum Verhörraum. Ich sage Bruce Bescheid, dass es losgeht. Miss Romanoff, Dr. Pym möchte möglichst bald am Einsatztisch mit Ihnen sprechen. Du hast ein paar alte Freunde aufgelesen. Oh, du meinst die Leute von S.H.I.E.L.D. Ja, Maria bringt ihre Band wieder zusammen. Sie hat uns Leute für die kritischen Systeme geliehen. Freut mich, dass Commander Hill immer noch für das Gute kämpft. Grüße vom Ameisenhügel. Natascha, danke für deine Hilfe im Gefängnis von AIM. Und für alles, was du als Tiny Dancer getan hast. Ich hatte mich schon gefragt, wer unser Schutzengel war. Jederzeit, Hank. Manchmal muss man sich eben die Hände schmutzig machen. Stimmt. Und wie habt ihr die Chimera online und in die Luft gebracht? Ganz ohne Terrigin? Die Chimera hat die gleichen Standard-Triebwerke wie ältere Helicarrier. Sie ist praktisch ein Hybrid-Auto. Nur viel cooler. Das hier ist doch nicht bloß ein Dankesanruf, oder Doktor? Schuldig im Sinne der Anklage. Wir haben deine Daten aus dem Gefängnis analysiert. AIM konnte die meisten Inhumans erfolgreich verlegen. Ich hab das Schiff erfolgt, aber jemand muss sich darum kümmern. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht. Danke. Missionsdaten wurden auf euren Einsatztisch hochgeladen. Tim Ende. Miss Romanoff, willkommen zurück auf der Chimera. Ich habe Infos über die potenziellen AIM-Überläufer, die sie mir in ihrer Zeit als Tiny Dancer gemeldet haben. Ich habe eine Position auf dem Einsatztisch markiert, die sie interessieren dürfte. Danke, Jarvis. Es ist schön, dass du wieder die Missionsdetails für mich verwaltest. Wie in alten Zeiten, so heißt es doch. Ich habe hier. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Willkommen, Miss Romanoff. Das dürfte für Sie ziemlich einfach sein. Ausgezeichnete Arbeit Es geht los Wenn ich Hände hätte, würde ich applaudieren Ganz ruhig jetzt Das war wunderbar Es geht los Ausgezeichnete Arbeit Ganz ruhig jetzt Wenn ich Hände hätte, würde ich applaudieren Wenn ich könnte, würde ich jubeln, Miss Romanoff Bereit für mehr? Fangen wir an Was? 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 Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war wunderbar. Miss Khan hat mir das Wort mega geil beigebracht. Ich denke, in ihrem Fall trifft Datencode 415623 Zugriffs-Loks der letzten zwei Wochen. Genießt du die Aussicht? Nicht genug, um mich von dem abzulenken, was mich unten erwartet. Aber ich bin bereit. Ich muss das wohl sein. Okay, ich bereite jetzt den Verhörraum für dich vor. Wenn du reden willst, benutze den Funk. Danke, Ned. Ich muss nur über einige Dinge nachdenken. Gut, aber denk nicht zu viel nach. Oh, hey, Ned. Roy hat ja alle erforderlichen Energiekerne zur Chimera gebracht und ich dachte mir, er könnte bleiben und euch bei der Ausstattung helfen. Wir können einen anderen Aimbot umbauen, der seinen Platz hier im Ameisenhügel einnimmt. Hey Ned, ähm, ich werde gleich mit Monika reden. Sie wird versuchen, dich zu manipulieren. Das weißt du, oder? Ich kenne Monika gut. Nein, tust du nicht. Es gibt tausend Monikas. Sie wechselt sie wie Masken, wenn sie muss. Ja. Hör mal, ich sage nur, wenn du mit Erwartungen reingehst, wird sie dich überrumpeln. Guten Tag. Ziehen Sie sich meine Warte an. Du siehst aus, als würdest du dich erholen. Das Gefängnis hat mich viel Substanz gekostet, aber bald kann ich wieder kämpfen. Alle Ausgänge gesichert? Ja, Agent Romanoff. Gut. Öffnen Sie die Luftschleuse für mich. Und danach nur noch für Dr. Ben. Ist das klar? Ja, Ma'am. Leite Luftschleusen-Override-Protokoll ein. Du hast mit Monika gearbeitet. Ziemlich lange. Sie hat sich verändert, oder? Nein, ich glaube nicht, dass sie jemals Gefühle für dich hatte. Aber falls ich mich irre und sie echte Gefühle zeigt, nutze sie aus. Das ist dein Druck. Ich habe deine brutale Offenheit immer geschätzt, Ned. Du schaffst das, Bruce. Nein, du musst es schaffen. Wir müssen die Gefangenen in Humans finden, bevor wir Aim-Die-Party verderben. Oh, oh, hier drüben. Da werden Bäume wahr. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Nichts diesmal? Auch okay. Willkommen. Ich starre sie auch nicht an. Aber sie sind schon der Hammer. Ich bin nicht an. Ich bin nicht an. Bis zum nächsten Mal.